Gesunde Ernährung, Antibiotika im Hühnerfleisch gefunden Profitdruck zu Lasten der Gesundheit Nach Angaben von Welt Online wurde in NRW eine Studie veröffentlicht, deren Ziel die Untersuchung von Antibiotikagaben an Hühner war. Antibiotikagaben sind in Deutschland nur erlaubt, wenn diese medizinisch geboten sind. Letztlich unterliegen die Präparate dem Arzneimittelgesetz. In einigen Tieren wurden bis zu acht verschiedene Wirkstoffe gefunden. Die durchschnittliche Antibiotika-Verabreichung war 7,3 Tage bei einer Lebensdauer von ca. 30 bis 35 Tagen. Die Abgabe in solch großen Mengen könne nach Worten des westfälischen Agrarministers nicht mehr mit Krankheit erklärt werden. Neben der medizinischen Anwendung wird Antibiotika verbotenerweise auch als Wachstumsmittel eingesetzt. Vor Antibiotikagaben warnen Wissenschaftler seit langer Zeit. Es bilden sich resistente Stämme, die im Krankheitsfall nicht mehr bekämpft werden können. Diese resistenten Stämme sind mittlerweile weltweit auf dem Vormarsch. Von den Veterinären des Landesamtes für Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW wurden 182 Flügelbestände untersucht. Das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache. 96,4% der untersuchten Tiere wurden mit Antibiotika behandelt. In einzelnen Fällen sogar über 26 Tage lang. Dagegen erhielt jedes zweite Masthähnchen nur ein bis zwei Tage Antibiotika. Dies ist medizinisch gesehen viel zu kurz und fördert andererseits die Bildung resistenter Stämme. Beachtenswert dabei ist, dass je kleiner die Betriebe waren und damit je länger die Massdauer war, desto weniger Antibiotika verabreicht wurde. Dies ist ein weiterer Grund dafür, dass der Verbraucher auf die Herkunft seiner Nahrung achten sollte. Der Deutsche Bauernverband und die Geflügelwirtschaft teilten mit, dass sie bereits aktiv wurden und eine bessere Überwachung der Antibiotikagaben einführen wollen. Der Einsatz von Antibiotika soll innerhalb der nächsten fünf Jahre um 30% reduziert werden. Andererseits schläft auch die Pharmaindustrie nicht. Es könnte durchaus auch sein, dass andere Mittel zur schnellen Gewichtszunahme entwickelt und eingesetzt werden. Der Bundesverband praktizierender Tierärzte wies darauf hin, dass dieses Problem wohl kaum auf nationaler Ebene gelöst werden könne. Diese Medikamente seien in 14 von 27 EU-Staaten nicht verschreibungspflichtig. In Frankreich würden ca. 30% aller Antibiotika an Erzeugergemeinschaften verkauft. Der Verweis auf die internationalen Dimensionen ist zwar richtig, kann und darf aber Deutschland nicht daran hindern, Initiativen zu ergreifen, die diesen betrügerischen Einsatz von Antibiotika stoppen. Dazu gehört auch ein Einfuhrverbot von Fleisch aus Ländern, das nicht nach deutschen Standards produziert wurde. Hier erweist sich erneut die Europäische Union nicht als Problemlöser, sondern als Problemverursacher. Denn letztlich wäre diese Sachlage angesichts des schrankenlosen Güterverkehrs nicht oder nur in geringerem Ausmaß vorhanden. Diese Tatsachen zeigen außerdem, dass die Fleischerzeugung durch Massentierhaltung eine Sackgasse ist, die verlassen werden müsste. Wenn Tiere nur durch eine hohe Ergabe von Arzneimitteln ihr ohnehin kurzes Leben durchstehen können, dann muss etwas faul sein. Tiere sind kein lebloses Produkt. Tiere werden gezüchtet, aufgezogen, gefüttert und eventuell ihrer Bestimmung nach geschlachtet und dem menschlichen Verzehr zugeführt. Während dieser Zeit muss den Tieren ein einigermaßen artgerechtes Leben ermöglicht werden. Dass dann das Fleisch, die Eier und andere tierische Produkte unbezahlbar werden, ist nicht belegt. Wer weiß, wie wenig die Bauern für ihre Produkte erhalten und wie viel im Zwischenhandel und Endverkauf aufgeschlagen wird, sieht auch, dass hier ganz andere das Geld verdienen und derjenige, der die Arbeit macht, am wenigsten bekommt. Letztere können sich oft nur durch Subventionen über Wasser halten. Wohingegen die Großeinkäufer die Preise immer weiter nach unten drücken und kleinen und mittleren Bauern das wirtschaftliche Überleben nahezu unmöglich machen. Die Deutschen hatten und haben sehr viel für den Tierschutz übrig, sind immer Vorreiter gewesen und hatten die schärfsten Gesetze. Mittlerweile sind diese Gesetze allerdings auch nur noch Blendwerk und werden durch Ausnahmebestimmungen umgangen. Es beginnt beim Schächten und endet bei der Massentierhaltung und Futterzusätzen. Gesetzesbrüche werden oft nur halbherzig verfolgt. Hauptsache, der Euro rollt. Es ist nicht nur in der Tierhaltung so, dass die Deutschen den schärfsten Kontrollen und Bestimmungen unterliegen, sondern beispielsweise auch im Obst- und Gemüsebau. Wobei hier wieder Groß- und Kleinbetriebe unterschiedlich behandelt werden. Nach Aussage eines mittelständischen Gärtners sind für das Prädikat Bio in Deutschland nur in etwa 5 Spritzmittel zugelassen, wohingegen im EU-Ausland diese Zahl bei ca. 100 liegt. Ausnahmegenehmigungen für den Einsatz von anderen Spritzmitteln werden zwar erteilt, sind aber von Großbetrieben leichter zu erhalten, da diese Monokulturen betreiben. Man kann es also drehen, wie man will. Prüfplaketen und Zertifizierungen der EU sind der Nebel, der den Verbraucher den Blick trüben und Klein- und Mittelbetrieben das Leben schwer machen soll. Jeder Einzelne hat es in der Hand. Er hat die Wahl, wo er kauft und was er kauft. Natürlich ist es nicht möglich, sich ganz auszuklinken, allerdings ist es auch das bewusste Einkaufen möglich. Denn Gutes muss nicht zwangsläufig auch teuer sein. Vielen Dank.